Aber der Titus, bevor er den Tempel zerstört hat, war er in Obergermanien stationiert mit seinem Vater, Germania Superior, im Schworbeländle. Er hat beim Daimler schwäbische Gründlichkeit gelernt und ist dann nach Jerusalem abgeordnet worden und hat dort den Tempel abgebrochen. Tabula rasa, da ist nichts mehr übrig geblieben, ja. So, da haben wir ungefähr aufgehört beim letzten Mal. Tag des Zorns habe ich darüber geschrieben. Vielleicht nur kurz zum Tag des Zorns. Ich glaube, dass der Tag des Zorns ein Tag ist, keine Phase, ja. Ihr hört das immer wieder von einschlägigen Predigern, die über die Einzeit sprechen. Vom Tag des Zorns, dass es eine siebenjährige Trübsalzzeit ist. Weil die sagen, wir werden halt vor dem Tag des Zorns entrückt. Die Aussage ist die, die Gemeinde Jesu ist nicht zum Zorn bestimmt. Und der Tag des Zorns soll die siebenjährige Trübsalzphase sein. Und deswegen erlebt die Gemeinde Jesu die Trübsalzphase nicht, weil sie nicht zum Zorn bestimmt ist. Das ist die Argumentation, ja. Für mich steht da aber Tag des Zorns und nicht Phase des Zorns, ja. Und der Tag des Zorns Gottes ist, wenn Christus wiederkommt nach Jerusalem. Und die Nationen richtet, ja, die alle nach Jerusalem gezogen sind, ja. Wenn er die richtet, wenn er seine Stadt befreit. Das ist der Tag des Zornes des Lammes. Ein Lamm kann gar nicht zornig sein. Habt ihr schon mal ein zorniges Lamm gesehen, ja. Das ist ja ein Widerspruch in sich, ja. Aber selbst das Lamm Gottes wird zum Zorn gereizt durch solche Leute, wenn sie es übertreiben. Und wenn die sieben Jahre vorbei sind, dann kommt der Tag des Zornes des Lammes. Das ist, wenn Christus auf den Ölberg herniederkommt. Natürlich ist die Gemeinde Jesu nicht zum Zorn bestimmt. Warum? Die kommt auch mit Christus auf den Ölberg, oder? Dann kann sie nicht zum Zorn bestimmt sein. Mehr noch, die Gemeinde Gottes übt den Zorn Gottes mit Christus gemeinsam aus, ja. Denn ihr wisst das ja auch, die 144.000 kommen mit Christus auf den Ölberg herab. Die Gemeinde Jesu kommt mit Christus auf den Ölberg herab und wird dabei sein, wenn Christus diesen Tag des Zorns begeht, ja. Also ist die Gemeinde Jesu nicht zum Tag des Zorns bestimmt, heißt aber nicht, dass die Gemeinde, meiner Überzeugung nach, nicht auch noch in diese Trübsalzphase hineinkommen würde, ja. Also ich glaube, da ist gut, man wappnet sich mit etwas Geduld. Jesus sagt auch, das Ende ist noch nicht so schnell da, ja. Und spricht auch in anderen Zusammenhängen immer wieder davon, dass das alles seine Zeit hat. Das ist der Anfang der Wehen. Fasst eure Seelen in Geduld, sagt Jesus. Das ist eine gewisse Glaubensnüchternheit, ja. Entschuldigung, ich empfinde das als etwas unnüchtern, wenn man sagt, die Entrückung kann jederzeit beginnen. Ich glaube, Paulus hat das auch so gemeint im Thessalonischer Brief. Wenn er sagt, erinnert euch daran, ich habe euch doch gesagt, da werden noch Dinge vorher kommen. Und dann, ja, also diese Nüchternheit, glaube ich, sollten wir uns bewahren im Glauben, ja. Davon abgesehen, vielleicht auch das noch kurz zur Einleitung, dann steigen wir hier ein. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu dazu berufen ist, mit Christus zu leiden. Das ist für uns Westeuropäer fast ein fremder Gedanke. In anderen Erdteilen ist das sehr konkret. Ja, Iran, Nordirak, China, Russland, viele Jahre, das war sehr konkret, ja. Leiden um Christi willen. Nicht, weil wir das gerne tun, weil wir gerne leiden. Sondern das ist der Auftrag und die Berufung der Gemeinde Jesu als Leib Christi, ja. Wo du bist durchgegangen, dann nimmst du mich auch mit, so irgendwie heißt es im Liedertext, ja. Wenn Gott uns gute Zeiten schenkt, dann freuen wir uns und nutzen das, um das Evangelium weiterzugeben. Aber die Gemeinde Jesu ist nicht erwählt, um vor allen Unbilden des Lebens entdrückt zu werden. Das nicht, ja. Das ist so eine grundsätzliche Sache, wie man die Rolle der Gemeinde Jesu sieht, ja. Wir haben die Wahrheit gefunden, wir haben Jesus gefunden, wir haben die Liebe Gottes in Person gefunden. Für uns ist alles gut geworden. Das Leben ist für uns gemeistert, ja. Und das, was wir hier noch leben, hat mein alter Freund und Bruder gesagt, der Pfarrer geworden ist, ja. Der war zuerst in der RAF und ist dann zum Glauben gekommen. Hat ein ganz interessantes Glaubensleben gehabt. Die Jahre sitzen wir auf einer Backe ab, ja. Er ist dann in die Slowakei gegangen, hat dann als Missionar dort gearbeitet und hatte dort einen Freund, Rigo. Rigo war Zigeunerkönig, Chef über 200.000 Sinti oder Roma, das weiß man nicht genau. Ich habe da in meinem Roman ein bisschen von geschrieben. Den gibt es also tatsächlich, diesen Roman. Der hat von dem Uwe gesagt, diese Kerze brennt von beiden Seiten, sagte er. Also der brannte für Jesus. Und dann hat der Roman gesagt, du musst mit uns gehen in die Ostlowakei zu den Zigeunern und dort das Evangelium predigen. Ja, sagt der Uwe, mach ich. Nein, sagt er, das kannst du nicht, da muss ich mitgehen. Da sagt der Uwe, warum? Da sagt der Rigo, die glauben dir nichts, die glauben dir kein Wort. Und dann ist er mitgefahren, der Rigo. Und dann hat er die Zigeuner da zusammengerufen. Und dann hat er gesagt, das ist ein Mann Gottes, was der sagt, müsst ihr glauben. Und dann hat der Uwe angefangen zu predigen. Und da sind viele zum Glauben gekommen, ganz viele. Und dann hat der Rigo gesagt, du musst die Bibel übersetzen. Dann haben sie angefangen, die Bibel zu übersetzen. Dann haben sie angefangen, bei den einschlägigen Bibelübersetzungsgesellschaften anzufragen. Aber die wollten alle Geld haben, das war sehr teuer. Dann hat Rigo seine Leute selber dran gesetzt. Und die haben 1. Mose übersetzt und das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium, weil es das kürzeste ist, das ging am schnellsten. Und 1. Mose, weil die ganzen Stammesgeschichten da drin sind. Das verstehen die Zigeuner gut. Das hat ihnen was zu sagen. Also haben sie das übersetzt in Zigeunersprache. Und Rigo hat das dann nach Bratislava geschickt, in die Druckerei. Und der Drucker sollte dann die Bibel fertig drucken. Das hat aber so lange gedauert. Weil das war ja für Zigeuner. Und dann lässt man das ein bisschen liegen. Und dann hat der Rigo gesagt, es dauert und dauert, was ist denn los? Und dann hat der Rigo angerufen dort. Wie weit bist du mit den Bibeln? Ah, sagt er, ich schneide, ich schneide, sagt der Drucker. Dann sagt der Rigo, schneide, schneide, sonst komme ich und schneide. Und zwei Tage später war alles fertig. Er hat es dem Zigeunerkönig geglaubt, dass er schneiden kann, ja? Ja, da waren die Bibel fertig, wurden dann verteilt in der Ostlawakei. Und da gab es eine kleine Erweckung, schön. Rigo, ja. Wie macht man jetzt eine gedankliche Brücke zu unserem Thema hier? Also Tag des Zorns ist für mich tatsächlich ein Tag, keine Phase. Sondern der Tag des Zorns, wenn Christus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, ja? Und zu dem Tag sind wir nicht, also wir sind nicht zum Zorn bestimmt, sondern das Heil zu bekommen in Christus, sagt Paulus, ja? Und deswegen ist der Tag des Zorns der Tag, an dem die Gemeinde mit ihm kommt. Aber der Tag des Zorns ist nicht die siebenjährige Trübsal. Das wird euch immer erzählt. Passt aber mit der Bibel nicht zusammen. Man macht das, um seine Theologie aufrechtzuerhalten, ja? Ja, ich habe nichts gegen Theologien, weil die ordnen die Bibel. Die geben der Bibel eine Struktur, das ist ja ein dickes Buch. Das muss man ein bisschen strukturieren. Aber Theologie darf nie zum Dogma werden. Ja, wenn Theologie zum Dogma wird, dann muss man aufpassen. Das ist ihr Dogma, ja? Nicht das, was Menschen daraus machen, ja? Manchmal verselbstständigt sich die Theologie, ja? Okay. Also das erste und das letzte Nachgesicht haben wir uns schon angeschaut. Und wir sehen, dass diese roten Reiter alle hier vorne zusammengefasst sind und nicht mehr vorkommen. Und dass dieser weiße Endzeitreiter hier auch nochmal vorkommt. Und der kämpft zum Schluss mit den schwarzen Pferden in Hamageddon. Und jetzt gehen wir hier zu und das ist euch allen eigentlich schon bekannt. Das kennt ja jeder von euch. Also wenn ihr das Nachgesicht sehen würdet, dann würdet ihr nicht sagen, mein Herr, was ist das? Wie der Zacharier zum Engel sagt, ja? Und der Engel sagt, ja, weißt du nicht, was das ist? Und der Zacharier sagt, nee, also keine Ahnung, was das ist. Und der Engel sagt, das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Ja, nicht durch diese Pferde hier. Nicht durch Belagerung und äußere Umstände. Sondern das, was du hier siehst, das kommt durch meinen Geist. Was kommt durch Christi Geist? Die Gemeinde Jesu. Also bestehend aus Israel, Nationen und wieder Israel. Ja, also das ist die Gemeinde Jesu. Und das wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Weil da gibt es noch viel zu entdecken. Also das erste und das letzte Nachtgesicht haben wir uns schon angeschaut. Und jetzt schauen wir uns das fünfte Nachtgesicht an. Die Ölbäume und den Leuchter. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich auf, wie einer vom Schlaf erweckt wird. Das geht mir immer nach, ja. Dass wir, wenn wir meinen, dass wir im vollen Bewusstsein unsere Sinne wären, so sind, als ob wir schlafen. Wenn Gott kommt, der weckt uns auf. Nicht draußen sind die Erweckten oder die Wachgewordenen, wie man heute überall hört in den Medien, sondern die, die Jesus haben, die, die Gottesgeist haben, die sind wach geworden, ja. Er weckt mich auf, wie einer vom Schlaf erweckt wird. Und er sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe und siehe, da stand ein Leuchter, ganz golden, mit einer Schale oben darauf. Daran sieben Lampen waren und je sieben Röhren an einer Lampe. Menorah, ja, der siebenarme Geleuchter. Und zwei Ölbäume dabei, einer zur rechten der Schale, der andere zur linken. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn von Zerubabel. Zerubabel war der Stadthalter damals in der jüdischen Gegend, ja. Der wurde eingesetzt von den Perserkönigen. Und der hat damals geherrscht, und das ist die königliche Linie, wenn man so sagen will. Der zweite Tempel war der Tempel Zerubabels, ja. Der hat angefangen, den Tempel zu bauen. Und dabei war Joshua, der hohe Priester. Der kommt später noch. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn von Zerubabel. Das ist praktisch der Stadthalter. Eine Art Königsersatz in Israel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Der Herr der Kriegsherre. Hier geht es um Königreiche, ja. Wer bist du, du großer Berg, der doch vor Zerubabel eine Ebene sein muss? Und er, Zerubabel, soll aufführen den ersten Stein, dass man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn und sprach, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden, dass ihr erfahrt, dass mich der Herr zu euch gesandt hat. Denn wer ist, der diese geringen Tage verachte? Es werden mit Freuden sehen, dass Richtblei in Zerubabels Hand jene sieben, welche sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Das ist geheimnisvoll, das steht vielleicht für Gottes Geist, der alle Lande durchzieht und sucht nach denen, die zu diesem Tempel dazugehören sollen. Dieser Zerubabel hat den ersten Stein aufgeführt und er hat den Tempel gebaut, den physischen Tempel, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Das war der zweite Tempel, den dann Herr Rodes ausgebaut hat, zu großer Pracht. Herr Rodes war in der Rüstungsindustrie, der hatte Zinnminen gemietet, gepachtet, irgendwo auf Zypern. Und ich glaube, Zinn und Kupfer ergibt Bronze. Bronze ist waffenfähig. Damit hat er viel Geld verdient und mit dem Geld aus diesen Waffengeschäften hat der Herr Rodes diesen Tempel Zerubabels ausgebaut, zu großer Pracht, sodass die Jünger Jesu ihm den Tempel zeigen und sagen, sieh mal, was für prachtvolle Gebäude. Herr Rodes wollte sich damit bei den Juden einschmeicheln, weil er aus Edom war und hat versucht, die Juden damit zu besänftigen, indem er ihnen den Tempel schöner ausgebaut hat. Er hat immer zwischen Juden und Römern hin und her laviert. Ein hochintelligenter Mann, ein Fuchs, sagt Jesus zu ihm. Aber ein gottloser Mann auch, ja. Als der gestorben ist, hat er Dutzende von Honorationen aus der Gesellschaft gefangen genommen und er wollte, dass die an seinem Todestag getötet werden, damit wenigstens einer im Volk weint, wenn er stirbt. So ein Typ war das, ja. Absurd. Masada. Er hat Masada gebaut, ja. Masada war seine Zufluchtsstätte. Gut, also dieser Herr Rodes hat den Tempel Zerubabels dann zu Ende gebaut. Der ist hier noch beschrieben als ein Tempel geringer Tage. Ein einfacher, schlichter Tempel, den Zerubabels da gebaut hat, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Die Leute haben geweint, als sie den Tempel gesehen haben. Der ist so schlicht. Und der Salomonische war so ein prächtiger Tempel, ja. Und die Bibel sagt, dass die Menschen geweint haben. Das waren schlichte Tage, einfache Tage. Der Herr Rodes hat dann natürlich einen wunden Punkt getroffen bei den Juden, als er den Tempel da so ausgebaut hat, ja. Wer hat den Tempel zerstört? Den Herr Rodes Tempel, den zweiten? Die Juden, ja, okay. Die sind eigentlich schuld gewesen daran, ja. Also es heißt immer die Römer. Aber die Juden haben sich im Jahr 70 nach Christus dermaßen gestritten, in der belagernden Stadt Jerusalem, dass die Römer vor der Stadt gestanden haben, fassungslos. Und haben gesagt, wir müssen eigentlich nur warten, die massakrieren sich da schon selber, schreibt Flavius Josephus, ja. Da gab es drei Parteien, die gegeneinander gekämpft haben, ganz schrecklich. Und Flavius Josephus schreibt, immer wenn die eine Partei vorgerückt ist und die andere sich zurückziehen musste, hat die sich zurückziehende Partei die Vorräte verbrannt. Und das ging immer hin und her, dann sind wieder die anderen vorgerückt und dann haben die wieder die Vorräte verbrannt und Jerusalem hätte jahrzehntelang die Belagerung der Römer ausgehalten, wenn die Juden untereinander einig gewesen wären. Aber die waren so zerstritten untereinander, dass sie sich mit Katapulten beschossen haben. Und der Flavius Josephus sagt, dass das Blut der Opfertiere mit dem Blut der Opfernden vermischt wurde im Tempel. Diese Geschosse sind in den Tempel reingeschlagen. Ganz schlimm. Also die haben jeden Heiden, jeden Proselyten, der anbeten wollte, nach Jerusalem reingelassen. Aber wenn ein Jude nach Jerusalem kommen wollte zum Opfern, dann haben sie ihn erst untersucht. Welche Partei bist du? Dieser oder jener oder der, sonst schicken wir dich wieder zurück. Also ganz absurd. Und der Flavius Josephus sagt, der Volkskörper hat hin und her geschwankt, von einer Seite zerfressen worden und von der anderen Seite zerfressen worden. Hungersnot, Mord, Totschlag. Der Sanhedrin hat nicht mehr gerichtet, weder über Diebstahl noch über Mord. Eine irrsinnige Zeit. Irrsinnig. Ganz verrückte Zeit. Und die alten Leute und die Kinder haben gebetet, dass die Römer bald die Stadt erobern, damit dieser Wahnsinn aufhört. Das war die Zeit 70 nach Christus. Sagt es aber auch niemand. Müsste dann Josephus lesen, der erzählt das. Heute darf man das ja nicht sagen. Aber spannend, ja. Auch bei Antiochus Epiphanes haben die Juden die Tür nach Jerusalem geöffnet. Aber der Titus, bevor er den Tempel zerstört hat, war er in Obergermanien stationiert mit seinem Vater, Germania Superior, im Schworbeländle. Er hat beim Daimler schwäbische Gründlichkeit gelernt und ist dann nach Jerusalem abgeordnet worden und hat dort den Tempel abgebrochen. Tabula rasa, da ist nichts mehr übrig geblieben, ja. Und ist dann nachher Kaiser geworden in Rom. Aber das war der Anfang des zweiten Tempels, ja. Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet. Und irgendwie kommt dieser Tempel, den Zerubabel gründet, in Verbindung mit dem Ausdruck Nicht durch Heer oder Kraft. Das ist doch auch ein Tempel, oder? Das ist ein Tempel im Heiligen Geist. Das ist die Gemeinde Jesu. Und Jesus war der Eckstein. Er war der Erste, der von Gottes Geist gezeugt wurde, oder? Ja, er wurde durch Gottes Geist gezeugt, so wie er auch. Also ihr merkt, wir hängen ganz, ganz eng mit Jesus zusammen. Wir sind sein Leib. Er das Haupt, wir die Glieder, ja. Er ist der Melschisedek. Wir sind auch zum königlichen Priestertum berufen, ja. Er ist durch Gottes Geist gezeugt worden. Wir sind auch durch Gottes Geist gezeugt worden. Das heißt, wir sollen nicht mehr das alte Gesetz vom Sinai erfüllen, sondern wir sollen Christus darstellen. Warum? Weil wir in Christus sind. Luther geht noch weiter. Er sagt, weil wir Christus sind. Was heißt denn Christus? Gesalbter. Aber wir sind doch auch gesalbt, versteht ihr? Jesu Gemeinde ist auf der Erde, um für Christus Zeugnis abzugeben. In seiner Wahrheit, in seiner Liebe, in seiner Freundlichkeit den Menschen gegenüber. In seinem Opfersinn. In seiner Gerechtigkeit, ja. Alles das, was Christus darstellt, ja. Sollen wir sein, ja. Sollen wir darstellen. Das ist eine viel höhere Berufung, als die Israel hatte. Israel war unter das Gesetz getan. Wir sind unter den Geist Gottes getan. In der Gnade, ja. Gott tut was ganz, ganz Besonderes mit uns. Schön. Also das hängt hier irgendwie auch zusammen. Und Zachariah bekommt diese Antwort und dieses Bild von Zerubabel, dem König, der einen Tempel baut. Na, das klingt aber doch nach Millennium, ja. Christus, der König, der baut den Tempel. Das spielt alles hier in diese Thematik rein. Und das war zur Zeit von Zachariah ein großes Geheimnis. Und als Jesus dann auferstanden ist und zu Pfingsten seinen Geist ausgießt, da kommt das hier, der Ölbaum. Da geschieht in Israel, in Jerusalem Wiedergeburt. Und Paulus hat verstanden, dass dieses Evangelium zu den Heiden geht, der Leuchter. Aber die Juden haben damals gesagt, nein, nein. Sie waren alle Eifere für das Gesetz und haben gesagt, Jesus ist der Messias, aber nur für uns, nicht für die Gäu. Nicht für die in Korinth oder in Galatien, ja. Die haben gesagt, es gilt nur für uns. Aber Paulus, der Heidenapostel, hat verstanden, dass das Evangelium in die ganze Welt geht. Und am Ende sehen wir, da geht es wieder heim, nach Jerusalem. Das ist die Botschaft, ja. Und das ist ganz spannend. Man kann das vielfach auch sehen, weil das hat ja auch noch andere Bezüge. Und zwar fragt der Zachariah nochmal weiter. Er sagt, das ist ja noch nicht alles, was ich hier sehe. Der schaut ja ganz genau hin, ja. Das wollen wir ja auch. Wir müssen tiefer schauen, ja. Und dann sagt er, und ich antwortete und sprach zu ihm, was sind die zwei Ölbäume, zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich antwortete zum anderen Mal und sprach zu ihm, was sind die zwei Zweige der Ölbäume, welche stehen bei den zwei goldenen Rinnen, daraus das goldene Öl herabfließt? Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was sie sind? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er sprach, es sind die zwei Gesalbten, welche stehen bei dem Herrscher aller Lande. Das ist jetzt auch für uns ein großes Geheimnis. Das fangen wir an zu verstehen. Aber jetzt sind hier an den beiden Bäumen noch zwei Zweige. Und an diesen Zweigen rindt Öl herab in den Leuchter, damit es hell wird. Ja. Und das finde ich schön, dass Zacharja hier nochmal nachfragt und wissen will, was diese zwei Zweige sind. Das ist nur so symbolisch. Wahrscheinlich hat das alles ganz anders ausgesehen. Ja, aber dass man so mal ein Bild im Kopf hat dafür. Da sind noch zwei Zweige. Ja, Moment, wir haben doch hier, das ist doch Gemeinde Jesu. Ja. Ja, aber die besteht aus Juden, aus Heiden und aus Juden. Ja, aber fehlen denn da noch zwei? Wer sind denn die zwei Zweige? Was hat das mit der Gemeinde Jesu zu tun? Und die gedankliche Brücke, die ich gerne schließen möchte mit euch, das sind diese zwei Zeugen in der Offenbarung. Und ihr seht auch, dass das in der Offenbarung, in Offenbarung 11, wenn die beiden Zeugen vorgestellt werden, da steht da eigentlich nicht die zwei Zeugen, da steht die zwei Märtyrer. Im Griechischen. Märtyr, das ist der Zeuge. Das impliziert schon, wer Zeugnis gibt für Christus, muss auch ein bisschen mit Märtyrium rechnen. Die zwei Märtyrer, die werden auch gemärtyrert in Jerusalem. Die werden ihr Leben lassen in Jerusalem. Die zwei Zeugen, so haben wir es im Deutschen übersetzt, aber im Griechischen steht Märtyrer. Und die gehören irgendwie auch noch zur Gemeinde Jesu? Ja, warum? Weil die auch wiedergeboren sind, die beiden Zeugen. Und ich zeige euch das gleich auch im Text, in Offenbarung 11. Wenn man da genau drauf achtet, dann sieht man, dass in Offenbarung 11 steht, ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie sollen weissagen 1260 Tage, angetan mit Säcken. Und jetzt kommt's. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Fackeln oder die zwei Leuchter, stehend vor dem Herrn der Erde. Jetzt sind wir in Offenbarung 11. Und jetzt bezieht sich Offenbarung 11 auf Zacharja. Und wenn Offenbarung 11 von zwei Zeugen spricht, dann bezieht er sich hier auf diese Konstruktion. Die beiden Zeugen sind, jeder für sich ist Ölbaum und Leuchter. Und das zweimal. Warum ist denn jeder von denen Ölbaum und Leuchter gleichzeitig? Ölbaum deswegen, weil die beiden Zeugen, ich rede mal einfach so durch, wenn's schwierig ist, dann müsst ihr mich unterbrechen. Ich glaube, dass die zwei Zeugen sind das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Und dieses Haus David und die Bürger zu Jerusalem sind die, die in Jerusalem eingeschlossen sind und zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das heißt, sie sind wiedergeboren. Und die sind Juden, weil alle anderen haben Jerusalem ja fluchtartig verlassen. Da bleibt nur noch ein kleiner Überrest, wenige tausend Leute jüdischen Glaubens, die sonst nicht wissen, wohin. Und die kommen zum Glauben an Jesus Christus und die sollen 1260 Tage Weihsagen. Was Weihsagen die denn? Die Weihsagen der Welt, dass Christus der Messias ist. Der Sohn Josefs ist der Messias. Er ist schon vor 2000 Jahren gekommen und wir haben ihn für nichts geachtet. Und er hat uns jetzt seine Gnade gegeben, dass wir uns bekehren sollen. Und damit quälen sie die Menschen auf der Erde. Denn die Menschen wollen die Wahrheit nicht. Die Wahrheit quält sie. Ihr kennt das ja auch heute, wenn man vom Evangelium redet. Das quält die Menschen, die weichen aus. Die zwei Zeugen quälen die Welt nicht, weil die grausame Dinge täten, sondern die sagen die Wahrheit über Christus. Sind die sieben Augen auf dem Stein gleichzusetzen mit den sieben Fackeln auf dem Leuchter? Ja, ja, warum nicht? Also ich denke, dass die sieben Augen auch für Gottes Geist stehen. Gottes Geist bringt Licht. Deswegen ein Leuchter auch mit sieben Leuchten, sieben Kerzen. Und die zwei Zeugen, jeder von ihnen ist Ölbaum und Leuchter. Ölbaum, weil er Jude ist. Leuchter, weil er durch Gottes Geist erleuchtet ist. Und die geben der Welt nochmal ein letztes Zeugnis von Jesus. Und das wird die Juden ärgern. Weil die sagen dann zu den Juden, ihr habt euch 2000 Jahre geirrt. Weil ihr Jesus nicht erkannt habt. Das wird natürlich zum Konflikt führen. Es ist interessant, dass hier Tage stehen. Hat das vielleicht was mit der Zahlensymbolik zu tun? Dass da Ziffern gebraucht werden, um eine bestimmte Symbolik auszudrücken? Man könnte ja auch sagen dreieinhalb oder vier Jahre. Also ich glaube, dass die erste Hälfte der Jahrwoche taggenau 1260 Tage lang ist. Wenn ihr in der Bibel schaut, immer wenn es 1260 Tage heißt, ist die erste Hälfte der Jahrwoche gemeint. Ah, diese Tagesmenge kommt öfters vor. Ja, die kommt öfters vor. Wenn die zweite Hälfte der Jahrwoche gemeint ist, dann ist die Bibel ungefähr. Also dreieinhalb Zeiten, 42 Monate, dreieinhalb Tage. Das wird umschrieben, die zweite Hälfte. Die erste Hälfte ist exakt 1260 Tage. Warum? Weil die Jahrwoche beginnt mit dem Tag der Bekehrung Jerusalems und endet mit dem Tag, wo der Antichrist nach Jerusalem geht und die ganzen Wiedergeborenen dort tötet. Und dazwischen liegen exakt 1260 Tage. Das ist taggenau. Darf ich ganz kurz fragen, das Haus David sind doch die zwölf Stämme, oder? Ja, aber die Bürger zu Jerusalem sind doch eigentlich das Gleiche. Ja, das ist richtig. Ich stehe da auch staunend vor, ja, muss ich sagen. Ja, jedes Mal, wenn ich das lese. Also wir haben ja eigentlich zwölf Stämme Israels. Das ist uns ja gut bekannt, ja. Und jetzt haben wir nochmal zwei Zeugen, die eigentlich, wenn jetzt nicht leidigerweise in Offenbarung 11 von ihnen geschrieben wäre, würde die auch niemand vermissen, oder? Und irgendwie weiß man nicht genauso richtig, wohin mit denen. Wer ist das? Sind das zwei Männer? Ist das Mose und Elia? Manche sagen, es ist Gesetz und Gnade. Manche sagen, es ist Israel und die Gemeinde. Manche sagen, es ist Gesetz und Evangelium. Manche sagen, es ist Henoch und Elia. Also ganz viele unterschiedliche Vermutungen. Es sind Vermutungen und es bleiben auch Vermutungen, ja. Wenn man aber davon ausgehen würde, dass Jerusalem wiedergeboren wird in der letzten Zeit, ja. Deswegen ist das Thema für mich so wichtig, dann kommt man irgendwie auch dazu, dass die, die dort wiedergeboren werden, die sehen ja den, in den sie gestochen haben. Das steht auch in Sahaja und die, die den durch Stochenen sehen, das ist das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Das wären zwei Gruppen, nicht zwei Personen, sondern zwei Gruppen. Fast könnte man sagen, wie zwei Stämme, zwei Königsstämme, ja. Dann hätten wir ja zwölf Stämme aus dem Alten Testament und zwei endzeitliche Stämme, zwei Märtyrerstämme, nämlich das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Ja, ich denke schon, dass das reduziert ist auf Juden, ja. Weil denen auch die Verheißung geschehen ist. Ich glaube, dass aufgrund der Belagerung, also Jerusalem hat heute eine Million Einwohner und bei den historischen Ereignissen, die ja ein Schattenbild sind für das, was in der Endzeit kommt, waren zur Zeit Hiskias ungefähr 7000 Leute in der Stadt. Und 7000 Namen der Menschen wird auch in der Offenbarung wieder erwähnt, aber in einem anderen Zusammenhang. Also ich glaube, das sind sehr wenige, aber die Überlegung ist folgende. Ich habe gestern kurz gesprochen von dem Hohen Priester, den kennt ihr ja, der das Brustschild hatte. Und auf dem Brustschild zwölf Edelsteine. Wofür waren die zwölf Edelsteine? Für die zwölf Stämme Israels, die hat er auf dem Herzen getragen. Aber im Brustschild drin war noch was. Noch zwei, Urim und Tumim. Ja? Niemand weiß, woher Mose die hatte. Das ist genauso geheimnisvoll wie die zwei Zeugen. Niemand weiß, wer die zwei Zeugen sind. Niemand weiß, woher Mose die hatte. Niemand weiß, was Urim und Tumim heißt. Also die Bedeutung dieser hebräischen Worte ist verloren gegangen. Das ist so geheim in diesem Brustschild drin, dass selbst die hebräischen Worte nicht mal mehr die orthodoxen Juden wüssten, was Urim und Tumim heißt. Man vermutet, dass das Licht und Recht heißt. Wenn man genau ist, müsste man sagen, Lichter und Gerechtigkeiten. Urim und Tumim, das ist Plural. Warum? Weil das keine zwei Männer sind, sondern zwei Gruppen. Das heißt also, wir hätten für das alte Testament zwölf Edelsteine. Für die Endzeit gehören aber noch zu Israel noch etwas zu, sagt der Zacharja. Wer sind denn die zwei da noch? Da gehören noch Urim und Tumim zu, die noch im Brustschild verborgen sind. Niemand weiß, woher Mose die hatte. Niemand weiß, wie die Bedeutung der Namen ist. Niemand weiß, ob das Steine waren oder keine Steine. Das Material ist nicht bekannt. Ihr könnt in Wikipedia nachschauen. Sucht dort mal nach Urim und Tumim. Es wird vermutet, dass das Licht und Recht heißt. Oder Lichter und Gerechtigkeiten. Martin Buber. Ja, wird da zitiert. Niemand weiß, woher Mose die hatte. Niemand konnte die sehen. Wenn man den hohen Priester angeschaut hat, sah man nur zwölf Edelsteine. Was wir heute Morgen machen ist, wir gehen zum hohen Priester und machen das Brustschild auf und gucken da rein. Uiuiui, das dürfen wir, ja? Weil wir auch Priester sind, ja? Das gesteht uns der hohe Priester zu. Aber das ist das, was wir gedanklich machen. Wir schauen in das Brustschild und sehen etwas, was die Welt nicht sieht. Wir sehen da rein und sagen, oh, da sind ja noch zwei drin. Jetzt waren Urim und Tumim aber lebendig. Die wurden ja befragt. Die konnten antworten. Warum ist denn Urim und Tumim lebendig und die zwölf Edelsteine auf dem Brustschild sind tote Steine? Weil diese zwei Urim und Tumim ein Bild sind auf den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem. Das heißt, wir haben, also Israel besteht aus zwölf toten Stämmen des Alten Testaments, zwölf Edelsteine und noch aus zwei endzeitlichen Stämmen wiedergeboren, die an Jesus Christus glauben, die noch dazugehören, die geheim sind. Das hat der hohe Priester sich als Geheimnis vorbehalten. Das wird noch kommen. Und wir, wir gehören ja auch dazu. Wir sind Gnadenwahl. Weil Israel seinen König verworfen hat, ist Gott auch zu uns gekommen. Und wir dürfen zu diesem Schattenkabinett dazugehören. Das ist unfassbar, was Gott da tut mit uns. Teilhaftig werden der göttlichen Natur. Zu diesem Geheimnis der Urim und Tumim dazuzugehören. Und das taucht plötzlich vor unseren Augen auf, wo ich sage, das darf nicht wahr sein. Und jedes Mal, wenn ich das lese, dann stehe ich da staunend vor und sage, ja, aber der Zacharier sagt, dass diejenigen, die den sehen, in denen sie gestochen haben, das ist das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Ich denke, dass die in Zacharier namentlich erwähnt werden. Das sind Leute aus Jerusalem. Und die sind noch verborgen im Brustschild. Und wir schauen das jetzt schon. Und wenn das kommen wird, dann werden wir an die Stellen hier erinnert sein. In der Offenbarung und auch in Zacharier. Und viele werden das sehen und werden das nicht verstehen. Und dann ist das Brustschild ja komplett. Aus israelischer Sicht. Aus jüdischer Sicht. Wenn jetzt ein messianischer Jude davon hören würde, würde der sagen, aha, meine Vorväter waren die zwölfebenen Steine. Und ich darf schon zu Orim und Tumim gehören. Mehrzahl, ja. Ich darf dazugehören. Aber Jerusalem wird nochmal wiedergeboren werden. Die, die dort übrig geblieben sind und werden nochmal an Jesus glauben. Ja. Und wir aus den Heidengemeinden, wir schauen nach Israel und sagen, ja, das war altes Testament. Zwölf edle Steine. Und in der Zukunft kommen nochmal die beiden Zeugen, Orim und Tumim. Und wir gehören zu den beiden Zeugen auch dazu. Wir sind so eine Schnittmenge, ja. Also das ist das, wo Johannes die Brücke schlägt. Er macht das ja aus Offenbarung 11. Er spricht von den zwei Zeugen. Und diese zwei Zeugen sind zwei Ölbäume und zwei Leuchter. Jeder von ihnen ist Leuchter und Ölbaum. Warum? Weil er aus Israel ist und weil er Gottes Geist hat. Und weil er durch Gottes Geist Licht für die Welt gibt. Orim und Tumim, die konnten befragt werden. Die hat man ja bis in die Zeit Sauls und Davids verwendet. Saul wirft ja auch das Los, also Orim und Tumim. Ja, er wirft das Los, die Lossteine, die Orakelsteine, sagen manche Übersetzungen. Auch die Hebräer wissen nicht, was das ist. Das ist so geheim, ja, ich wiederhole mich, ja, dass die Bedeutung der Worte verloren gegangen ist im Hebräischen. Dass man die von außen nicht sehen konnte am Brustschild. Man konnte die nur sehen, wenn man da hineinschaut. Das ist so geheim, dass man nicht mal weiß, aus welchem Material die waren. Man weiß nicht, woher Mose die hatte. Gott sagt nur zu ihm, nimm Orim und Tumim und tu die ins Brustschild. Alles, was sich mit Orim und Tumim beschäftigt, ist geheim. Das ist verborgen. Und dadurch, dass wir aber von der Wiedergeburt Jerusalems wissen und wir die Gedanken so ein bisschen hin und her bewegen, in alle möglichen Richtungen, kommen wir irgendwann sogar zum Brustschild des Hohen Priesters. Und wir kommen auch hier über diese Ölbaumleuchter, Ölbaumsache, kommen wir plötzlich in Offenbarung 11 und kommen zu den zwei Zeugen. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, ja. Und plötzlich sehen wir, ja, die sind lebendig durch Gottes Geist. Die sind wiedergeboren. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Das ist jetzt ein Bild, was wir hier sehen, ja. Und hier in unserem Bild sehen wir, dass es diese beiden Zweige sind, die dann noch fehlen, an denen das Öl runterrinnt. Und darauf nimmt dann Johannes Bezug. Das sind die ersten Verse. Das eben war Vers 3 und jetzt lesen wir nochmal Vers 1 und 2. Johannes sagt, es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und er sprach, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Aber den Vorhof außerhalb des Tempels wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate. Jetzt haben wir wieder 42 Monate hier, ja. Das ist die zweite Hälfte der Jahrwoche, ja, werden sie Jerusalem zertreten. Warum nicht die erste Hälfte? Weil dann die zwei Zeugen darin sind und aus ihrem Mund Feuer geht, wenn sie geschädigt werden sollen. In der Zeit wird Jerusalem nicht zertreten. Aber die Heiden werden die Stadt zertreten in der zweiten Hälfte der Jahrwoche, und das sind nicht mehr 1260 Tage, sondern ungefähr dreieinhalb Jahre. 42 Monate. Das ist das, was ich meine hier, ja. Da könnt ihr das sehen. Und jetzt wird dem Johannes gesagt, stehe auf und miss den Tempel Gottes. Was ist denn der Tempel Gottes? Die wiedergeborene Stadt Jerusalem ist dann tatsächlich ein Tempel Gottes. Und miss den Altar. Und die, die darin anbeten. Wer betet denn darin an? Das Haus David und die Bürger Jerusalems. Warum beten die denn an? Weil die wiedergeboren sind. Wen beten die denn an? Gott. Im Geist und in Wahrheit. Johannes hätte 90 nach Christus nicht mehr von einer jüdischen Anbetung gesprochen, sondern für ihn gab es nur noch eine Anbetung im Geist Gottes. Und er sieht den Tempel Gottes in der Endzeit und den Altar und er sieht, dass da Menschen anbeten drin. Warum? Weil die wiedergeboren sind. Und das steht in Verbindung mit den zwei Zeugen. Ja. Und dann sagt er, das haben wir uns gestern Abend angeschaut, den Vorhof außerhalb des Tempels wirf hinaus und misse nicht, denn er ist in Heiden gegeben. Und wir haben gesagt, wenn Israel zerbricht in zwei Teile, in einen Norden und einen Süden, dann entsteht der Vorhof. Ephraim ist der Vorhof. Judah ist das Heiligtum. Jerusalem das Allerheiligste. Der Berg Zion ist der Altar. Dort wurde Jesus geopfert. Ja. Das heißt, wenn Jerusalem zerbricht in zwei Teile, dann entsteht der Tempel. Und der Vorhof ist im Norden, Ephraim, und der Vorhof ist den Heiden gegeben, denn die im Norden, Ephraim, macht einen Bund mit Syrien, einen Syro-Ephraimitischen Bund, und wird gegen Judah kämpfen. Der Vorhof ist den Heiden gegeben. Wirf den hinaus, der gehört nicht dazu. Und die Heiden werden kommen und werden die heilige Stadt zertreten. Warum? Weil Ephraim mit Syrien Jerusalem angreift. Und der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott, und gibt sich aus, als sei er Gott. Er stürmt in den Tempel Gottes, wo die Wiedergeborenen sind, und tötet die alle. Vielleicht auch, weil der Vorhof im Neuen Bund nichts mehr mit dem Heiligtum zu tun hat. Unter Umständen, ja. Vielleicht auch. Für mich war es eigentlich spannend zu sehen, dass wir, also ich schaue immer in Israel auf die Landkarte, aber ich sehe nicht das, was ich eigentlich da sehen sollte. Eigentlich sieht man da, dass der Tempel Gottes dort entsteht. Oder entstehen soll. Stellt euch vor, wenn Israel zerbricht in zwei Teile, wie das in der Antike schon war, in einem Norden und einem Süden, dann wäre der Vorhof da, dann wäre das Heiligtum da. Und wenn Jerusalem dann wiedergeboren wird, dann wäre ja auch Priesterschaft in diesem Tempel. Dann wäre der Tempel ja betriebsbereit. Haben wir gestern Abend kurz drüber gesprochen. Dann könnte ja das tausendjährige Reich anfangen. Das wäre ja dann die wahrhaftige Priesterschaft im Geist und in der Wahrheit da. Dann hätten wir zwölf Edelsteine und zwei Zeugen. Und das alles macht der Antichrist kaputt. Und der stürmt gegen die Stadt und tötet die Priesterschaft im Tempel Gottes. Das meint Paulus in 2. Thessalonischer 2. Und der Schriftwechsel zwischen Paulus und den Thessalonischern war viel komplizierter, als wir Gläubige das heute vielfach verstehen. Weil wir weder Daniel kennen, noch die Wiedergeburt Jerusalems, noch das Alte Testament ausreichend kennen, um den Schriftwechsel nachzuvollziehen, den die Thessalonischer mit Paulus hatten. Das ist unser Problem. Und dann werden Dinge da hineinerzählt, die da nicht drin stehen. Dann entsteht eine Theologie und die verselbstständigt sich dann. Und das finde ich so schade. Und deswegen ist es so wertvoll, wenn die Wiedergeburt Jerusalems zu wissen, weil das berührt so viele Dinge. Das ist so erstaunlich, wie viele Dinge da bewegt werden durch diese Kenntnis davon, dass die Stadt Jerusalem am Ende der Zeit zum Glauben kommt an Jesus Christus. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Ich habe heute Morgen überlegt, ob ich das noch tun soll. In 1. Samuel 4 steht davon, könnt ihr euch vielleicht auch notieren für eure Bibelarbeit, wenn ihr Zeit habt, nehmt euch eine Tasse Kaffee und dann liest der 1. Samuel 4 bis Kapitel 7 über drei Kapitel hinweg. Da steht etwas, was Gott wohl sehr wichtig gewesen sein muss. Ich erzähle euch die Geschichte, dann habt ihr da ein bisschen den Hintergrund. Also die Israeliten kämpfen gegen die Philister und verlieren. Und dann sagen sie, komm wir holen uns die Bundeslade. Wie so ein Maskottchen. Die Bundeslade soll mit uns gehen und die sorgt dann für den Sieg. Dann nehmen sie die Bundeslade und kämpfen gegen die Philister und da wird die Bundeslade gestohlen. Das ist unglaublich. Das Nationalheiligtum Israels ist in den Händen der Heiden. Israel ist ohne Nationalheiligtum. Unfassbar. Das Erstaunliche ist, der alte Priester Eli, als er davon hört, fällt nach hinten um und stirbt. Ja, die Botschaft kommt, da kommt jemand an und der sagt, Israel hat verloren. Die Philister haben die Bundeslade gestohlen und als der alte Priester Eli hört, dass die Bundeslade von Israel weg ist, fällt er hinterrücks um. Weil er ein schwerer Mann war, bricht er sich das Knick und stirbt. Und er ist tot. Und zur gleichen Zeit kommt seine Schwiegertochter nieder, denn die war schwanger. Ja, die war hochschwanger und als sie davon hört, dass die Bundeslade weg ist und dass ihr Ehemann gestorben ist im Kampf, kommt sie nieder und gebiert ein Kind und nennt das Kind Icabod. Die Herrlichkeit ist dahin. Und sie selber stirbt bei der Geburt dieses Kindes. Und dann ist die Bundeslade weg. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass die wieder heimkommt. Die Heiden haben die Pest gekriegt und Mäuse haben denen die Vorräter aufgefressen. Und wir haben gesagt, wir müssen die Bundeslade irgendwie wieder nach Hause schicken. Der Gott Israels mag nicht, dass wir die Bundeslade bei uns haben. Dann haben sie goldene Mäuse gemacht und goldene Beulen und haben die Bundeslade auf einen Wagen gestellt und haben gesagt, wir lassen die wieder nach Israel ziehen. Aber es könnte ja sein, dass das alles nur Zufall ist. Wir machen es anders. Wir nehmen zwei Kühe, die schon mal schwanger waren und Kelpler geboren haben. Jetzt geht es schon wieder um Schwangerschaft, oder? Hört ihr das? Und diese schwangeren Kühe, diese säugenden Kühe, die spannen wir an und die Kelbschen behalten wir hier. Und wenn die Kühe trotzdem die Bundeslade nach Israel ziehen, dann war es beim Herrn. Und wenn sie es nicht tun, dann war es Zufall. Das war ja schlau, gell? Und dann ziehen die Kühe, die beiden säugenden Kühe, ziehen blökend und schreiend die Bundeslade zurück nach Israel. Und dann sagen sie, das war kein Zufall. Das hat Gott so geführt. Was passiert mit den zwei Kühen, mit den säugenden Kühen? Die werden geopfert auf einem Felsen, weil die Bundeslade wieder zurückgekommen ist. Ja, das ist ein Bild. Als Jesus gestorben und auferstanden ist, da ist das Evangelium nach Jerusalem gekommen. Aber es ist nicht lange dort geblieben, sondern die Juden wollten das Evangelium nicht. Und dann ist das Evangelium zu den Heiden gegangen, sodass das Heiligtum Gottes die Bundeslade ist bei den Philistern. Wir sind die Philister in dem Fall. Also die Bundeslade ist in den Völkern der Welt unterwegs, weg von Israel. Die Bundeslade ist weggenommen. Unfassbar. Der Eli ist ein Bild für den Alten Bund. Das, was alt und überjahrt ist, ist nahe bei seinem Ende. Hebräerbrief. Eli hört als Repräsentant des Alten Bundes davon, dass Gott von Israel weggeht. Die Bundeslade ist außer Landes und er fällt um und stirbt. Der Alte Bund ist beendet. Warum? Es kommt ein neuer Bund in Christus. Ja? Eli, ein Bild für den Alten Bund. Beendet. Die Schwiegertochter, Jerusalem, wird schwanger und gebiert. Aber sie nimmt sich dieses Kindes nicht mehr an. Ja? Die Pharisäer bleiben im Judentum. Die Gemeinde Jesu ist in den Mauern Jerusalems wie ein Fremdkörper. Irgendwann wird Stephanus gesteinigt und dann schicken die die Gemeinde weg. Und 30 Jahre später wird der Tempel zerstört. Und nochmal 50, 60 Jahre später wird ganz Israel zerstreut in alle Welt. Und dann ist die Sache Israels vorbei. Das ist die Geschichte, die uns 1. Samuel 4 erzählt. In Bildern. Das taucht plötzlich vor uns auf. Die Bundeslade ist weg. Der Alte Bund ist beendet. Eli ist gestorben. Jerusalem hat Geburt erlebt, aber ist bei der Geburt selber auch ums Leben gekommen. Ums geistliche Leben. Und der Sohn war der Sohn ihres Schmerzens. Icabod. Die Herrlichkeit ist dahin von Israel. Und dann ist die Bundeslade ein paar Jahre bei den Heiden. Übersetzung. 2000 Jahre in der Schweiz und in Deutschland und in Kanada und überall auf der Welt. Und am Ende der Zeit wird dieses Evangelium wieder nach Hause gehen. Symbolisiert durch die Bundeslade. Das Heiligtum Gottes kommt wieder zurück nach Israel. Wer bringt das zurück nach Israel? Zwei Zeugen. Entschuldigung. Zwei Märtyrer. Zwei märtyrende Kühe. Die waren schwanger. Die haben geboren. Versteht ihr das Bild? Ja? Das sind die zwei Zeugen. Die bringen das Evangelium heim. Warum? Weil Gottes Geist in denen ist. Und dann ist das Heiligtum wieder zurückgekehrt dahin, wo es weggenommen wurde vor 2000 Jahren. Und mehr sage ich nicht. Da schließt sich der Kreis. Die zwei Kühe kommen zurück und werden dann geopfert auf einem Felsen. Und so werden die zwei Zeugen für ihren Glauben nach 1260 Tagen geopfert auf dem Felsen. Sie sind Märtyrer. Auf welchem Felsen? Auf dem Berg Zion. Das ist ein Bild. Das heißt, die zwei Kühe kommen heim. waren schwanger, haben Geburt erlebt, bringen das Heiligtum zurück nach Israel und sterben dort auf einem Felsen, den Märtyrer-Tod, weil die geopfert werden. Für die Heimkehr der Bundeslade. Das ist groß, was die Bibel hier macht. Und plötzlich sehen wir 1. Samuel 4. In diesem Kapitel wird uns das ja gezeigt. Sahaja wird uns dort gezeigt. Und das ist ja das, was ich sage. Ich erzähle euch eine alte Geschichte. Hättet ihr in der Grundschule 15 Mal 1. Samuel 4 gelesen, dann hättet ihr gesagt, naja, das, was er erzählt, das wissen wir alles. Das steht ja 1. Samuel 4 mit den Kühen. Das heißt, diese zwei Kühe sind ein Bild für die zwei Zeugen. Ja, dann würde ja Samuel von den beiden Zeugen geschrieben haben. Ah ja, klar. Also nicht 1. Johannes in der Offenbarung. Nein, auch schon im Alten Testament. Und zwar hier in Sahaja und noch weiter vorne in 1. Samuel. Und man kann auch noch an andere Stellen gehen, die noch früher sind. Ich erinnere euch nur dran. Ihr wisst das ja. Zwei Säulen am Tempel Salomos, die Namen hatten. Ja, Boaz und Jachin, ja. Der Tempel, die Gemeinde Gottes und am Tempel sind noch zwei besondere, zwei Säulen. Nämlich das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, Boaz und Jachin. Säulen, ja. In Dynamis werden die Gottes Wort predigen. Das, was wir hier tun, das ist Süppchen dagegen, ja. Das wird Dynamis sein, große Kraft sein. Also wenn es Power-Evangelisen gibt, dann bei den beiden. Die werden mit großer Kraft und Vollmacht und ohne zurückzuhalten, das Evangelium predigen. 1260 Tage und werden dann geopfert auf einem Felsen. Wie die beiden Kühe. Märtyrer. Das ist unfassbar. Versteht ihr, ich erzähle euch keine Geschichtlichen. Ich versuche das festzumachen an Gottes Wort. Vielleicht lest ihr die Geschichte mal nach, dass man so ein bisschen eine Idee hat dafür. Man findet das überall in der Bibel. Aber es ist verloren gegangen, ja. Ich habe eine Frage, als die Bundeslade bei den Philistern waren, da war sie doch zum Fluch, als sie da Hungersnöte und Pest hatten. Aber das Evangelium ist für uns doch ein Segen. Das ist doch kein Fluch. Einverstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu einer Zeit war, als Gott vorhatte, dass die Bundeslade wieder heimkehrt. Und sie haben es ja hin und her geschickt im Philisterland, ja. Ich will dieses Bild auch nicht überstrapazieren, ja. Ihr versteht, das ist ein sehr frühes Bild. Und das bleibt auch Bild und wird vielleicht hier in Sahaja nochmal von einer anderen Seite beleuchtet. Und selbst in der Offenbarung ist es ein Bild. Das, was wir hier machen, ist geheim. Wisst ihr, was geheim ist? Geheim ist etwas, das nicht bekannt ist. Das kennt man nicht. Davon weiß man nichts. Und wenn man so einen geheimen Umschlag aufmacht, auf dem draufsteht Top Secret und guckt da rein, dann findet man manchmal Sachen, von denen man sagt, das hätte ich mir vorher nicht gedacht. Tja, aber das war ja auch geheim. Und das ist das, was wir hier jetzt auch machen. Wir machen das Brustschild auf vom Hohen Priester und gucken da rein. Und das muss man erstmal verarbeiten, was wir hier anschauen. Und deswegen versuche ich die Sache für euch überall so ein bisschen anzudocken und anzubinden und euch zu zeigen, da gibt es ganz viele Stellen zu. Die beiden Säulen am Tempel Salomos, die beiden Kühe, die die Bundeslade zurückbringen, die beiden Zweige an den Ölbäumen, nach denen Zacharier fragt, die zwei Zeugen, Urim und Tumim. Und man könnte noch mehr machen. Also da gibt es noch mehr Bilder von. Ich will das nicht zu weit ziehen. Aber Mose hat auch 70 Älteste gehabt und da bleiben Ältert und Mädert im Lager. Kennt ihr die Geschichte? Mose hat gesagt, das Volk ist mir zu schwer. Und da sagt Gott zu ihm, nimm dir 70 Älteste, die für dich das Volk richten sollen. Und die nimmt er raus und die nimmt er außerhalb des Lagers und führt sie zur Stiftshütte. Und Gott legt dort seinen Geist auf sie. Und dann weissagen sie. Aber zwei von denen sind im Lager geblieben. Ältert und Mädert. Die hatten Neumen, wie die Säulen am Tempel Salomos. Ältert und Mädert gehen nicht mit aus dem Lager raus. Sondern bleiben im Lager und weissagen im Lager. Und dann kommt ein junger Mann, der kommt zu Mose und sagt, Mose, da sind noch zwei im Lager geblieben, Ältert und Mädert. Sag denen Bescheid, dass sie auch rauskommen. Da sagt Mose, was wollte ich denn lieber, als dass das ganze Volk weissagte, als nur die zwei. Ältert und Mädert sind Bilder auf die zwei Zeugen, die weissagen im Lager, in Jerusalem. In Jerusalem das Evangelium durch Gottes Geist. Die anderen 68 sind außerhalb des Lagers, überall in der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündigt wird. Es ist ein Bild auf die zwei Zeugen. Ich will das nur andeuten. Viele Sachen findet ihr dafür. Alles, was im Neuen Testament steht, steht auch im Alten Testament. Wenn wir Gottes Geist haben, bräuchten wir eigentlich das Neue Testament nicht. Natürlich brauchen wir das Neue Testament. Ihr wisst, wie ich das meine, ja? Aber alles ist schon vorhanden. Gott will uns beweisen, dass das Wort wahr ist. Das macht er durch solche Dinge. Er will das beweisen, damit wir Vertrauen finden in die Wahrheit. Wenn ich die 68 als Quersumme nehme, dann bekomme ich 5 und 5 ist die Zahl der Gnade. 5 ist die Quersumme von 68. Ja, 14 und dann 5. Ah, die doppelte Quersumme, okay. Ja gut, warum nicht? Man kann auch 4 mal 17 sagen, aber Zahlen ist nicht so meins, ja? Das ist immer so eine Sache. Kann man manchmal machen, aber ich bin da vorsichtig. Wo steht das in Mose mit den beiden Kühen? Oder steht in 4. Mose? Ich glaube 10 oder 11, ich gucke gleich nach, ja? Ich will auch jetzt nicht zu weit mich da verzweigen. Nur, dass ihr seht, da gibt es viele Bilder zu, ja? Haben die Kälber eine Bedeutung? Also ich glaube nicht unbedingt, ich will das auch nicht überziehen. Gott beschreibt ja etwas, das tatsächlich passiert ist, ja? Das haben die tatsächlich gemacht. Und er nimmt dieses tatsächliche Handeln, und er nimmt das in die Bibel auf und legt das ab in Gottes Wort. So, dass wir 2800 Jahre später, 3000 Jahre später diese Verse sehen und sagen, da glimmt ja was auf. Aber ich würde das jetzt nicht überzeichnen wollen, ja? Es ist ja sehr früh erwähnt. Es sind Bilder, ja? Und die muss man stehen lassen. Man sieht Anklänge daran an das, was später dann kommt, ja? Du meinst, ob die zwei Kälber ein Bild wären für die Wiedergeborenen, ja? Könnte man machen, ja? Warum nicht? Aber ich bleibe da gerne auf den groben Linien. Ich will mich da nicht zu sehr verzweigen, weil sonst wird es irgendwo unscharf, ja? Es sind Andeutungen in diesen Stellen, ja? Irgendwann rutschen die Dinge ins Herz, ja? Aber das macht Gott. Es gibt Bibelstellen, die kennt man schon sehr lange, und dann liest man sie irgendwann und sagt, jetzt, jetzt hat es mir was zu sagen, ja? Deswegen habe ich manchmal ein Datum in meiner Bibel stehen. Dinge, die mich bewegt haben. Deswegen sage ich, ihr kanntet ja dieses Bild eigentlich schon. Die Gedanken kanntet ihr auch. Aber jetzt taucht noch viel mehr auf. Jetzt tauchen auch noch diese beiden Zweige auf. Jetzt kommen plötzlich die zwei Zeugen. Jetzt kommen die zwei Kühe aus, der erste Samuel. Und dann kommen Eldert und Medert. Und dann kommen die beiden Tempelsäulen. Und das hat immer wieder mit dem Tempel zu tun, mit den zwei Zeugen zu tun, hat mit der Gemeinde Jesu zu tun. Und das ist das, was der Engel ja auch sagt zu dem Zacharier. Das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Das geschieht durch meinen Geist. Das wird kommen, ja? Das ist die Gemeinde Jesu, die hier zusammenfindet, ja? Ja? Das ist die Gemeinde Jesu.